Geht schon. Immer da hinten. Ja, ja. Ich sehe ja nicht so viel. Mit der Sonne. Jetzt gehen wir mal rauf da. 50 Sekunden fisch. 50 Sekunden? Wie ja. Wir sind jetzt gerade eine Runde über den See gegangen. Da drüben hat jetzt auch gerade einen rausgetan. Du bist dann gerade sicher drei, vier Bosse geschwommen. Anscheinend beißt es ganz schön. Boah, ich sehe die Bosse. Schade dich nach. Boah, ich sehe die Bosse noch mindestens. Ich muss mich da oben stellen, weil da bleibt die Sonne rein. Das ist mindestens die Bosse noch. Und jetzt. Schnell gegangen. Fohlt mir. Meine Lieblingsbeschäftigung, Fischdrühen. Und da Fetten auch noch gleich dazu. Ich liebe es. Ich liebe es nicht. Schau dir das an. Ist doch. Da ein bisschen auf die Räume. Bieter. Wow. 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 And for a minute. Wow. 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 Ja, naja. 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 Lass dich mir einfallen, ich fang dich auch gleich. Hast du schon mal so einen großen gehabt? Den tust du einfach um mich? Jetzt ist es so einfach, einfach in den Sack rein. Ja, wirklich so schön. Das wird zu weit tut, hm? Ja, das geht schon. Alper, kommen wir nicht. Wir können jetzt checken auch nicht. Das sind die Kommission. Wie geht es? Åh. Fast. Vielen Dank.